Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Diablo. So, uns fehlen noch vier Errungenschaften, denn sind wir mit der Season durch. So, ich hab mir jetzt gedacht, wir machen jetzt hier noch einmal den letzten Schlüsselhüter im vierten Akt und versuchen den schlechter, wo war das? Äh, schlechter, auch noch zu töten. Und machen dann versuchen, gleich noch dahinter heran, Adria zu legen. Das kann ich hier nicht tun. Ja, das ist ja auch totaler Schwachsinn. Mach mal ihn da. Schimpf mich aus, werter Kreuzretter. Gut. Oh, er ist ja auch gleich irgendwo da näher. Das passt. Ich bin gleich zu ihm hinzurennt. Ja, okay, hier unten ist er irgendwo. Nur Geduld. Nicht genug Zorn. Noch nicht. Ich bin zurückgekriegt. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Okay, der hier ist jetzt relativ viel zu spüren, oder? Also selbst hat er keine Punkte mehr raus. Ich benötige mehr Zorn. Noch nicht bereit. Okay, da haben wir ihn schon. Nur Geduld. Oh, noch mal draußen landet ein bisschen her. Nicht genug Zorn. Oh, da hat er sich mal weggeschoben. So, noch mal draufladen hier. Noch nicht. Okay, der war ein bisschen sehr, sehr einfach. Ich muss zurückkehren. Also, da waren die anderen eine andere Herausforderung. An meiner Ausrüstung habe ich jetzt eigentlich soweit nichts gemacht. Ein bisschen merkwürdig, aber hey. Gut, dann ist das halt so. Gut. Dann probieren wir natürlich gleich hintenrand noch den schlechter. Das war ja Akt 1. Dann müssen wir ja nur einmal hinten hinlaufen. Ja, was heißt hinten hinlaufen? Hä? Jetzt sind wir schon. So, doch. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ja, aber ich wollte wieder voll zorn. Oh, leider geht's. Ja, aber ich muss noch mal was finden. Ein würdiger Gegner. Noch nicht bereit. Ich benötige mehr Zorn. So. Nur Geduld. Ah, die sind gar nicht mal so einfach hier. Aber es geht. Wir haben schon schon mal zu Hause. Und dann sind sie alle gestorben. So, können wir gleich nochmal das Paragon verteilen hier schnell. Zack. Und nochmal gucken, wo es zum schlechter geht. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. So, das macht noch nicht. Jetzt lasst mich nochmal durch hier. Nee, hier unten bin ich falsch. Schatzkoppel. Oh. Oh. Nichts, nicht mehr. Alle gewiss da. Du bist ein Lugspiel da. Na, komm her jetzt. Bleib hier mal her. Ah. Das ist ein Lugspiel hier. Das geht durch. Öffel abhauen. Nicht genug Zorn. So, nochmal draufkriegen. Noch nicht. Das ist ein Lugspiel. Schade, 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 schade. Gut, nehmen wir uns aber die einzelnen Blutsplitter mit, die er hier gedroppt hat. Gut, der Schaden ist nicht wirklich sehr schön, aber... Ich bin mit dem Lugspiel. Ihr halte den Kreuztuch nicht auf. Wir sind ja eigentlich hier um den Geschlechter und ich weiß, was es macht. Glocke mit dem Lugspiel. Ich nehme mir, dass ich nicht reingelscheid habe. Ich nehme mir dazu. Was sind wir? wir wollten hier nicht leveln wir wollten hier schon irgendwie versuche ich mir mal wirklich durch zu rennen aber den skeletten ausweichen hier müsste es doch gleich zum schlechter gehen oder so schnell durch hobs 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 sieht jedenfalls nach dem richtigen weg aus es ist der richtige weg und unser templar ist schon längst tot so schlechter ja ja schön für dich noch nicht mein zorn reicht dafür nicht aus ja das ist gut für dein lebenswillen genauer vor oben schützen oh 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 ich habe hunger braune fleisch ich habe eine fleischweite awa so Ja, noch nicht. Dann leh' ich sicher nicht. Joa. Ich bin jetzt noch gar nicht weg. Aber trotzdem. Ja, komm. So. Oh, 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 oh. Wow. Mein Zephler-Kollege ist einfach nur rein. Oh, 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 oh. Nicht genug Zock. Noch nicht bereit. Oh, 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 oh. So. Ja, ja. Nicht genug Zock. Ja, da ist ein save. Da ist ein machtepp, ne? Noch nicht. Hier brennt alles. Wirds die Heilbrücke nochmal nehmen. Nur genug. Brauche ich den Stieg, dann muss ich es knacken. Noch mal ein Heilbrück. Ja, das ist aber nicht meins. Ah. Lettenball. Ah. Böser Fleischer. Da bist du auch nicht bereit. Na komm. Sooo. Geh aus. Geh aus. Ah. Here. Oh, nicht auf sein. Ich bin noch 10 planten. Oho. No für mich zu erreichen. Woah. Ok. Ah, mein Mann. Hey, from sooner. Ja, 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 ok Jetzt stirbst du allein schon an dem Klapp-Kollege Wow Das ist Grieven Komm schon, komm schon, komm schon Komm, 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 komm Nein Nein, Fleisch ist böse Bewege, Fleisch ist böse Ich muss zurückkehren Mein Hammer Templer Mal kurz gucken Guck mal hier, ich könnte dich eigentlich schon längst mal verbessern, indem ich dir einfach nur ein gedropptes Schild gebe Gute Idee Ja, gute Idee, das hätte ich mir auch vorher mal einfallen lassen können für dich, wa? Ja Okay Gut Jetzt die Hexe Adria Aber die müssen wir ja zum Glück Zum Glück Nur Auf Qual 2 machen Ich guck nochmal zur Sicherheit Genau Qual 2 Das ist wesentlich machbarer und geht auch schneller Genau So Einmal Schwierigkeit auf Was haben wir jetzt Jetzt haben wir Qual 3 Und Qual 2 So So Jetzt müssen wir nur noch einmal zu Adria Den Weg finden Können wir mal nach dem Weg fragen Vielleicht dass ich noch zu nerf Noch nicht Heute ist nicht euer Tag Ja, es sollte nicht machbar sein Wo ich nachher bin Das ist wirklich noch fast ein Hefall im Portal Da hatte ich mir auch überlegt Das ich Die restlichen Offscreen mache Die da jetzt noch fehlen Und die 20e dann aufnehmen Weil sonst wird das einfach zu viel Input Und Hütze dich Ja Das ist wirklich spannend Im Namen des Lichts Mein Zorn reicht dafür nicht aus So Ich nehm schon wieder zu viele Kreaturen mit Weil sie jetzt gleich was Hehehe So Immer nur ein paar Nicht alle So Gehen wir mit den Schleichwege Ich denke mal das ist der Schleichwege Ich denke mal das ist der Schleichwege Ich denke mal das ist der Schleichwege Sieht das jetzt nicht nach dem verkehrten Weg aus So Ich denke mal das ist der Schleichwege So So Das ist der Schleichwege Das ist der Schleichwege Und Und dann Der Schleichwege So, war noch nicht bereit. So, wir haben wieder das Schöne. So. So, ab den Eis weg sollen wir auch nicht füllen. So, dann. Ach, das ist wieder so. Noch nicht. So, da hinten ist noch einer. So, da hinten ist noch einer. Noch nicht bereit. Ich benötige mehr Zorn. So. Ich kriege das Wetter. So. Du kannst doch mal schauen. So Und noch einen Kommandär alle Bosse hier durch Noch nicht Jetzt drückst du aber ordentlich einen Schaf raus hier Ah ok Haben wir jetzt hier nochmal einen dicken Schatz Steam Quest gemacht Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan Dann gehen wir jetzt hier weiter durch Ah lass mich durch Ah hier ist Sackgasse So Geh mal so durch Auf der anderen Seite vielleicht auch noch Sackgasse Oh da gehts hier weiter Ah Könnte gut sein dass es hier weiter geht Oh da gehts hier Oh da gehts hier Ja Vorzüglich Ja 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 Bezüglich Bezüglich du nicht Weil wir wissen es schon So Adria Ja Nur Geduld Nicht genug Zorn Nicht genug Zorn Nur Geduld Noch nicht Bereits Noch nicht Bereits Ja 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 Ich habe das schon wieder welches Kampfkonto exkordiert Das ist schon mal ein wenig zu laufhause. Nur Geduld. Nein, komm. Nee, keine Lust. Wir waren schon beim Schlechter. Wir haben die Schlappe hergestellt. Wir sind hier noch um den Kämpfer. Nur Geduld. Die Lederhaus abgeschickt. Na komm. Noch nicht bereit. Noch nicht. Ach, schön. Da ja. Ja, noch nicht. Jawoll. Jawoll. Ich muss zurückkehren. Ich muss zurückkehren. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in einem Rutsch durchschaffe. Ich werde dann mal gucken, wie weit ich in Qual 19 so komme. Fünf Stück habe ich noch. Also fahren müsste ich jetzt keine mehr. Und ob die Ausrüstung jetzt wirklich so reicht oder nicht. Gut. Aber ich mache jetzt hier erstmal Aufnahmepäuschen. Und wir sehen uns dann in der letzten Folge morgen. Also, bis denn. Und wir sehen uns noch nicht desde dem Alter aus. Ihnen wieder runter. Oder runter. feedburger Brady